Heilung ist der Weg zu sich selbst. Architekt und Heiler Jakob Ripplinger und Heilerin Karin Häusel begleiten Sie auf diesem Weg. Unser Spektrum reicht von der Analyse, Reinigung, Abschirmung und Vernetzung von Raum und Ort bei erdenergetischen Belastungen bis zur Heilung von Seele, Geist und Körper des Menschen durch Heilbilder. Auch finden Sie in unserem Online-Shop hochwertige Lebensenergieprodukte für eine bessere Lebensqualität. Besuchen Sie für mehr Informationen unsere Webseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017